Ja, hallo ihr Lieben, Christian Schemaier, Partneraport, Beziehungscoach, Problemspsychologe und so weiter und so fort. Irgendwann ist auch wieder eine neue Dopamin-Podcast-Folge über unsere Beziehung online. Und heute haben wir eine Frage, ja, es geht so quasi darum, muss ich so die beste, oder ich habe einen neuen Partner, muss ich irgendwie seine beste Freundin, die auch mal seine Partnerin war, mit der er noch befreundet ist, muss ich das akzeptieren, dass die da noch eine Rolle spielt oder nicht quasi so. Ja, ich habe mich entschieden, doch nochmal ein, zwei Tage diesen Glückskurs leicht verbilligt. Also, wie er jetzt in den letzten Wochen war, noch online zu lassen, weil wir noch so viele gebucht haben. Also, kann sein, dass ich das jeden Tag wieder umstelle auf den Normalpreis. Genau, könnte auch schnell zuschlagen dann. Ja, legen wir mal los. Wenn du auch solche Fragen stellen willst, kannst du auch ein Formular auf libysch.de machen. Da kann man auch ankreuzen, ob man sozusagen Risiko eingehen will, dass es nicht vorgelesen wird. Oder kann halt sagen, ja, ich buche das, kriege ich auf jeden Fall eine Antwort. Genau. Also, hallo Christian, vielen Dank für deine interessanten Videos und Bücher, welche ich sehr genieße und mir oft die Augen geöffnet haben. Vielleicht würde ich deine Einschätzung zu meinem Fall hören. Ich war neun Jahre in einer toxischen Beziehung mit einem Narzissen, der mich sehr klein gehalten hat und oft Eifersucht bei mir provoziert hat durch unsensible Worte und Taten. Hieran waren oft sogenannte beste Freundinnen seinerseits beteiligt. Daher ist dieser Terminus für mich ein Red Flag. Und ich nahm mir vor, wie von ihnen empfohlen, sich an seine eigenen Standards zu halten. Nach längerer Datingpause, seinen Ratschlägen und vielen gruseligen Dates, habe ich nun einen eher introvertierten und sehr netten Mann auf Bumble kennengelernt. Er ist nicht ganz mein Beuteschema, da sehr ruhig. Ja gut, es geht auch immer ein bisschen drum, dass man aus seinem Beuteschema aussteigt, ist ja alles gut. Ich habe mich darauf eingelassen und er löst in mir dieses ganze Gefühlsrahmen nicht aus. Ich glaube, du nennst es Pluspol. So langsam merke ich, ja das muss man erstmal immer gucken, erstmal kennenlernen. Also wer da ein Plus und Minuspol ist, ist dann manchmal am Anfang gar nicht so leicht zu sehen. Aber so langsam merke ich, wie mein Schutzschild weicht und ich mich in ihn verliebe. Er hat auch eine lange Beziehung und ist ähnlich lang wie ich getrennt, drei Jahre. Der einzige Unterschied, seine Ex, mit der er sich auseinandergelebt hat und es keinen Streit gab, wird von ihm als beste Freundin bezeichnet. Das ist doch irre, wir haben das Universum immer wieder aufgetischt. Also das heißt jetzt nicht, dass man nicht weiterkommt, also du kommst offensichtlich weiter. Aber ich finde das doch, ist doch abgefahren, ne? Das ist wieder, äh, so was wir gerade wissen. Das ist irre. Katze war die ganze Zeit nicht am Start hier. Und jetzt kaum nehme ich ein Video auf. Das ist verrückt. Das ist echt verrückt. Genau, also das Universum, die immer wieder das auftischt, ist schon echt lustig, wirklich. Aber du findest es wahrscheinlich nicht lustig. Sie treffen sich regelmäßig und waren, bevor wir offiziell ein Paar waren, noch gemeinsam mit Freunden im Urlaub. Oh, jetzt krieg ich wieder böse Kommentare. Ich mag die Katze, aber sie soll nicht auf meinem Tisch sitzen. Ähm, ich finde es aufgrund der Summe meiner Erfahrungen sehr befremdlich. Ja, also jetzt folgende Situationen. Also es gibt es natürlich, dass Menschen mit der Ex befreundet sind oder dem Ex und die wirklich befreundet sind, äh, man hat hier, die Aline hat das auch und ich find's nur immer ein bisschen komisch, wenn's der letzte Ex ist, ne? Sag ich mal so. Ähm, das find ich immer ein bisschen befremdlich. Und, äh, ja, Gott, ich nehm die jetzt mal auf den Schoß hier. Hilft ihr alle nix. So. Das find ich immer komisch irgendwie. Und man muss sich das natürlich nicht reinziehen. Andererseits, äh, ich versteh total deinen Punkt. Man kann natürlich schlecht sagen, äh, also das ist jetzt ein Mensch in seinem Leben und du kannst dir jetzt schlecht dahergehen und kannst sagen, die darfst du jetzt nicht mehr treffen, ähm, puh, das wär auch irgendwie komisch, ne? Oder, ja, würdest du das so ein bisschen deine, ja, was man so sagen kann, vielleicht überschreiten irgendwie, ne? Und er macht dir auch nix falsch, scheinbar. So weit auf jeden Fall erstmal. Gucken wir mal weiter. Ähm. Sie hat einen neuen Partner, mein Freund wirkt sehr verliebt in mich. Also eigentlich kein Grund zur Sorge, Fragezeichen. Ja, also das gibt's natürlich. Es ist halt die Frage, ob das für dich okay ist. Also, aber er macht da jetzt nix direkt falsch, ne? Bis hierhin erstmal. Trotzdem fällt mir die Situation sehr schwer und ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Äh, sie möchte mich gerne kennenlernen. Ja, okay. Hört sich auch erstmal gut an. Äh, ich sperre mich etwas und sage, ich brauche noch Zeit. Okay. Aus Erzählungen wirkt sie sehr dominant, akademisch gebildet. Ich übrigens nicht. Und auch eventuell etwas besitzergreifend. Aha, okay. Sie spannt sowohl ihren neuen Freund als auch meinen Freund als Hilfe für ihre Geburtstagsparty ein. Ja, jetzt kommen wir hier so langsam, äh, zum Problem. Also ich sag mal so, es wäre ja was anderes, wenn jetzt sein neuer Freund, äh, wenn der seine alte, er ist jetzt mit seiner Ex befreundet, meinetwegen, sie hat einen neuen Partner. Und alle Jubeljahre, weiß ich nicht, alle drei Monate, äh, gehen die mal eine halbe Stunde spazieren, äh, oder machen Lunch zusammen und du kannst sogar mitkommen, äh, ja. Ja, ne, wäre vielleicht nicht so ein Ding, aber, ähm, jetzt haben wir halt das Problem, dass die, ja, dieses, ja, dass sie deinen Freund einspannt und, ähm, wie soll ich mal sagen, die Frage ist ja, übernimmt sie Funktionen? Also selbst, wenn die nicht mehr zusammen sind, aber übernimmt die sozusagen Funktionen, die eigentlich eine Freundin übernimmt so, ne, das wäre so ein bisschen die Frage. Das muss ja auch nicht immer nur sexuelle Sachen sein oder irgendwie sowas, das, das fühle ich ja auch nicht, aber, ähm, trotzdem kann es ja irgendwas sein, was einen irgendwie stört, wo man denkt, hey, das wäre eigentlich mein Part so als Freundin, ne, zum Beispiel, ne. Ähm, ich finde das merkwürdig und es macht mir Angst, habe aber auch Hemmungen, das Thema offen anzusprechen, äh, denn sie kennen sich sehr lange und ich will mir nicht anmaßen, diese Freundschaft einzuschränken. Ja, das sind ja zwei verschiedene Sachen, also ansprechen muss ja nicht heißen, dass du es einschränken willst, aber einfach, ich meine, ihr seid jetzt in einer beginnenden Beziehung, da musst du sagen, hey, das ist mir irgendwie, äh, finde ich schwierig, das heißt ja nicht, dass er gleich springen muss oder so, das sind ja, das sind ja eher Standards, Fragen hier, kann eine Dealbreaker-Fragen unbedingt, kann für dich natürlich zum Dealbreaker werden, aber ist jetzt nicht so ein typischer allgemeiner Dealbreaker, sag ich mal, ähm, ja, also ansprechen muss das wohl, weil das ist ja auch Teil davon, äh, eigene, eventuell vorhandene Co-Abhängigkeit abzubauen, ist, dass man das Gespräch sucht, ne, dass man, ähm, in Kontakt geht und, ja, einfach mal, dass du sagst, hey, fühlt sich komisch an, ne, ohne jetzt eine Lösung zu haben dafür oder so, ne, ähm. Das wäre schon, also das darfst du nicht runterschlucken, ne, glaube ich so und dann, natürlich kannst du jetzt nicht sagen, ich will, dass du dich nie wieder triffst oder so, aber sagen, hey, irgendwie fühlt sich das komisch an und vielleicht ergibt sich da irgendwas und vielleicht, ähm, ja, er war Single, vielleicht sind die auch, dass sie ja manchmal so im Menschen Single sind, dass sie dann, ja, und wollen natürlich auch nicht alleine sein, formen dann vielleicht manchmal mal, enge Freundschaften und dann kommt eine neue romantische Partnerin und dann passt das ganze Konstrukt eigentlich nicht mehr so richtig und, ja, muss man vielleicht nochmal ein bisschen gucken, aber eins kann ich natürlich jetzt an dem Punkt schon mal sagen, selbst wenn das alles soweit im Rahmen ist, sag ich mal, also noch lange nicht, dass es dir gefällt, du kannst sagen, ich, äh, möchte das nicht, ne, also du bist ein freier Mensch, ne, das ist deine Verantwortung, ob du diese Beziehung führen möchtest oder nicht und musst das auch nicht begründen, wenn du sagst, boah, ist mir einfach, äh, also ich empfehle ja auch immer, ich meine, das ist ein Prozess, das erreicht man häufig nicht gleich mit der nächsten Beziehung, wenn du neun Jahre mit einem Narzissen zusammen warst, ähm, ist ja ein Prozess, wo man sich so, ja, weiterentwickelt und klarer wird, ähm, also so ein, so ein sehr präsenter Ex-Freund, der auch noch der letzte Partner womöglich gewesen ist, würde mich auch total stören, ohne dass ich jetzt jemand, ich glaube, es könnte sehr schnell überschwellig werden, dass ich sagen würde, oh, nee, weil wir wollen ja saubere Verhältnisse haben, wenn wir unseren Liebeschiff umprogrammieren, ne, ja, aber ich verstehe den Punkt auf jeden Fall, äh, auf jeden Fall, glaube ich, solltest du sie mal kennenlernen, aufgrund, ob sie jetzt akademisch ist oder nicht drauf geschissen, ne, also, äh, das ist dir mal ein Eindruck, weil das wäre, glaube ich, schon mal, ich glaube, das wird dir helfen, das einzuschätzen, wenn du die beiden mal zusammen interagieren siehst, ne. Ähm, was redest du mir? Ich sehe in der Person ein Risiko, was mich hemmt, diesem Mann eine ehrliche Chance zu geben. Ja, ist so, verstehe ich. Ich habe mich in seiner Gegenwart immer gesehen und geschätzt gefühlt, die Chemie stimmt, das fühlt sich gesund an, ich freue mich auf deine Einschätzung. Ja, ist leider jetzt nicht so eine ganz klare Situation, wo man so ganz klar sagen kann, ähm, also, ich glaube, ich würde die Freundin kennenlernen, trifft euch mal zu dritt, ähm, versuch mal einfach ganz offen mit deinem Partner zu reden, ohne, dass du jetzt vielleicht eine Lösung hast, irgendwie, ähm, gib dem noch mal ein bisschen Zeit und gucken, in welche Richtung sich das so entwickelt und vertraue deinem Gefühl, wenn dein Gefühl dir sagt, also, diese Frau hat einfach zu viel Raum in dem Leben meines Freundes, ähm, boah, das ist so, wie das jetzt läuft, ist mir das einfach zu viel und das, ich merke einfach, es triggert mich ewig an, irgendwie, dann selbst, wenn das jetzt formal, sag ich, ich verstehe schon, wie ich es meine, wenn das formal alles in Ordnung ist, kannst du sagen, ähm, ja, sorry, ist für mich, ähm, gucke ich lieber weiter, jemand, der noch freier ist, sag ich mal, der nicht irgendwelche, das könnte ja auch eine Schwiegermutter sein oder irgendeine Person, die einfach zu viel Raum erinnimmt, so, ne, und dann ist das nicht dem anderen was vorschreiben, sondern ist das einfach, du sagst dann einfach, für mich ist das nichts, tut mir leid, ne, und gebe ihm noch ein bisschen Zeit, aber auch nicht zu viel, so ab drei, vier Monaten fängt man an, ja, so Bindungen zu entwickeln, ähm, und, also, ich will es auch nicht zu lange warten, weil dann ist man schon wieder so gebunden und kommt so schlecht raus, irgendwie, also, ähm, ja, pack das Ding mal bei den Hörnern, so, sag ich mal, äh, trifft dich mit ihr, sprich mit ihm, lass mal, also, geh mal das Problem an und versuch dir nämlich auszuweichen und dann findest du, glaub ich, auch schon eine Lösung. In diesem Sinne, wir sehen uns bald wieder. Ja, ja. Ja. Vielen Dank.